Hallo, unser größter, schlechter Pummler, der bis dahin nach Kampagne mitgefallen ist. Netz, was bedeutet für dich, diese Mannschaft aufsteigen zu sehen, live da in Pordenone in die Serie A? Ja, grandios. Überwältigend. Du hast gesagt, du bist beim FC Südhörl, also bei den Herren, du gehst zu den Damen. Aber dieses Mal, hast du mit den Damen wirklich etwas Grandioses mitfeiern können und miterleben können? Ich bin einem bei den Damen zuschauen gegangen. Wenn er den FC Südhörl daheim gespielt hat, bin ich einem bei den Damen zuschauen gegangen. Weil für mich spielen sie der erste Tag besser als bei den FC Südhörl. Danke.